Bereit? Pugnate! Starte! Schnitt über die linke Schulter von Polos. Nach einem sehr schmutzigen Manöver. Ja. Gibt Abzüge, weil Soma Rudis geblendet. Pugnate! 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 Erneut der Schnitt von Polos über die linke Schulter. Pugnate! 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 Langsam durchgedrückt bis auf die rechte Schulter. Schnitt von Polos. Pugnate! 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 Starte! 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 Ja, Dina Poloso hat getroffen, dass er seiner eigenen Hand weht hat, wie er durch seinen Schrei angezeigt hat. Ja, nicht eins. Ja, Poloso. Pugnate! Meins! Starte! Also Jungs, die flache Seite ranhalten zählt nicht. Bei beiden nicht. Irgendjemand hat gesagt, schneiden, damit man auch sieht, dass es ein Treffer ist. Das hat sich dicken lassen. Schneiden ist mit der schmalen Seite. Ach so! Aber schön, dass Sie das nochmal für alle anderen zum Lernen demonstriert haben. So, noch 4-1. Und los! Starte! Stiche auf der rechten Schulter, rechte Seite. Und Polos! Polos, Viktor! Oh, Alter!